Smart City und Smart Village – digitale Strategien für Stadt und Land. Damit beschäftigt sich die Konrad-Adenauer-Stiftung nun eine ganze Woche lang. Und das ist gut so, denn von der Frage, wie wir die Digitalisierung tatsächlich vor Ort verwirklichen, hängt unsere gute Zukunft ab. Es ist unsere Aufgabe, dass wir den Menschen Lebensbedingungen geben, die die Digitalisierung nutzen, und zwar zum Vorteil jedes Einzelnen. Dazu hat auch die Bundesregierung schon Etliches auf den Weg gebracht. Die erste Aufgabe, wenn wir über Digitalisierung vor Ort sprechen, ist natürlich der Zugang zum Digitalen, also der Zugang zum Internet. Deshalb hat die Bundesregierung erhebliche Mittel in die Hand genommen, um den Breitbandausbau zu fördern. Denn ohne Breitbandanschluss ist der Zugang zur digitalen Welt ja verwehrt. Die Herausforderung besteht darin, dass wir jetzt flächendeckend Glasfaser ausbauen, weil nur das die zukunftsfähige Technologie ist, die uns genügend Bandbreite gibt. Schon heute brauchen viele Unternehmen Glasfaser und zunehmend ist das auch für die privaten Haushalte von größter Bedeutung. Den Zugang wollen wir aber nicht nur zu Hause und in den Gebäuden, in den Firmen haben, sondern wir brauchen ihn eigentlich überall. Und deshalb ist auch der Mobilfunkausbau eine große Aufgabe. Mehr noch auf dem Land als in den Städten. Deshalb haben wir mit einer Milliarde Euro und der Mobilfunkstrategie uns auf den Weg gemacht, ein leistungsfähiges Mobilfunknetz deutschlandweit aufzubauen und Vorreiter bei der 5G-Technologie zu sein, zu werden und zu bleiben. Neben dem Zugang zum Internet ist natürlich die Aufgabe, dass die Verwaltung, der Staat, die Kommune selbst digital wird. Bei vielen Verwaltungsleistungen fragen wir uns schon heute, warum muss ich dafür eigentlich in ein Stadtbüro oder zu einer anderen Verwaltung gehen. Insgesamt gibt es in Deutschland 575 Verwaltungsleistungen, die alle dem Grunde nach digitalisiert werden können. Und das haben wir mit dem Online-Zugangsgesetz in Angriff genommen und bereits bis zum Ende des Jahres 2022 soll das abgeschlossen sein. Wir sind da unterwegs und gerade in diesen Wochen mit der Digitalisierung der familienpolitischen Leistungen haben wir einen ganz großen Meilenstein auf den Weg gebracht. Doch Digitalisierung macht nicht bei Verwaltung Halt. Im Grunde genommen digitalisiert sich unser ganzes Leben. Haben Sie sich schon mal geärgert, wenn Sie keinen Parkplatz gefunden haben? Ist es nicht möglich, dass wir ein digitales Parkplatzmanagement machen, sodass ich direkt dahin fahre, wo ich auch parken kann? Und überhaupt? Fahre ich in Zukunft in der Stadt noch selbst? Oder haben wir nicht alle einen virtuellen Fahrer und ich werde irgendwo abgesetzt und wir brauchen überhaupt keine Parkplätze mehr? Das sind alles Fragen. Wie entwickelt sich die Stadt der Zukunft zu unser aller Nutzen? Und dabei ist neben dem digitalen Service auch die Effizienz und damit häufig auch die Energieeffizienz und die Klimafreundlichkeit ein ganz wichtiges Thema, bei dem uns die Digitalisierung helfen kann. Der zweite große Bereich sind die sogenannten Shared Services. Muss eigentlich jeder alles besitzen? Oder kann man Wohnraum, zum Beispiel im Sinne von Airbnb, effektiv nutzen, auch wenn jemand nicht zu Hause ist? Kann man Autos sich nicht teilen oder wie in vielen Städten auch Fahrräder oder andere Mobilitätsmittel? Kann ich nicht mit einer Buchung verschiedene Mobilitätsformen mit einem Ticket gemeinsam buchen und dann so geeignet hintereinander bringen, dass ich schnellstmöglich von A nach B komme? Das sind die Fragen, die die Smart City der Zukunft beantwortet. Und auch im ländlichen Raum gibt es die Chance, viele Herausforderungen zu lösen, vor denen wir heute stehen, auch wenn sie im ländlichen Raum häufig ein bisschen anders gelagert sind. Die Frage der guten Digitalisierung ist am Ende immer auch eine Frage von Daten. Und da ist die eine Herausforderung der Datenschutz. Da sind wir in Europa Vorbild. Wir sind stolz darauf, dass wir, anders als in anderen Weltregionen, den Mensch in den Mittelpunkt stellen und deshalb klar sagen, jeder muss Herr seiner persönlichen Daten sein und bleiben. Gleichzeitig sind aber datengetriebene Geschäftsmodelle ein ganz, ganz wichtiger Treiber der Digitalisierung. Und deshalb müssen wir gerade öffentliche Daten zur Verfügung stellen, damit daraus Geschäftsmodelle und auch sehr, sehr interessante Services für jeden Einzelnen von uns entstehen. Insbesondere gilt das für den Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Und deshalb ist die Frage, wann darf wer welche Daten bekommen, wer darf sie nutzen und welche Daten müssen explizit geschützt sein. Das ist etwas, das kann und das darf auch nicht jeder Einzelne neu entwickeln müssen, sondern das sind eben Dinge, die wir exemplarisch in Modellregionen ausprobieren und dann auf ganz Deutschland übertragen müssen. Und so entsteht in Stadt und Land eine smarte Umgebung, wo Digitalisierung uns hilft, unser Leben leichter und besser zu machen. Das ist die Aufgabe und dieser Prozess, davon bin ich überzeugt, ist in der Frage, welche Möglichkeiten er bietet, gerade erst am Anfang. Und deshalb ist es gut, dass die Konrad-Adenauer-Stiftung dieser Thematik einen so wichtigen Schwerpunkt einräumt. Und deshalb bedanke ich mich auch bei allen, die daran teilnehmen und mit ihrem Wissen und ihrem Input diesen Kongress in dieser Woche bereichern. In diesem Sinne wünsche ich gute Erkenntnisse und freue mich darauf, am Anschluss zu erfahren und zu hören, was dabei herausgekommen ist. Alles Gute! Gute! Gute!